Hallo Leute, Rofli und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5, heute mit Benno, Lenny, Flo und mir natürlich. Ja, Lenny hat gerade seine Reine erstellt und ich hab mal wieder nicht geschafft, mein Auto auszuwählen. Ja, bist ja ein bisschen unterbrichtet. Hier würde ich vielleicht etwas langsamer fahren und jetzt schon mal auf die Bremse gehen. Ich bremse schon die Bremse und dann nix lenken. Äh, was, wen? Ich hab's geschafft. Ja, wir gehen den Püller geknallt. Oh, ich bin weggeflogen. Ich hab's geschafft. Ja, also wir können schon mal vorfahren. Nein, machen wir nicht. Tschüss, Rofli. Oh, jetzt stau'n. Ja, nicht stau'n. Aufsache Lenny macht hier so eine unültige Kielkamera. Hallo, nein, jetzt stau'n. Ach ja, Lenny, was ich noch ansprechen wollte ist, ne? Was denn? Was macht eigentlich Opel im Moment mit dem Kombo? Frag mich doch nicht. Wenn Opel, Adam, wenn der Adam Opel das sehen würde, der würde sich im Grab umdrehen, ey. Ja. Ohne Witz. Ah! Mein Ralf war schon wie so schön gebrannt. Ey, Flo, wir haben das gleiche auch. Wolltest du nicht den Fehler in GT nehmen? Ja, hab ich doch. Auch. Oh. Ist nicht mehr. Ich hab'n nicht bestätigt. Ich hab'n nicht bestätigt. Ja, ich hab'n nicht bestätigt, weil die Zeit ablief. Ja, ja, hab'n nicht. Jungs, was ist denn jetzt? Ich werd' die ganze Zeit weggebrochen, aber ich konnte nicht fahren. Oh! Mein Auto brennt! Mein Auto brennt! Wegpunkt! Du scheiße. Oh, ja, ja, Köppe. Ich hab'n Wegpunkt. Schaff' ich die nächsten auch noch? Ey. Ich hab'n Wegpunkt. Ich hab'n Wegpunkt. Nein! 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 Schaff' ich nicht. Nein, schaff' ich nicht. Ich hab'n Wegpunkt. Ich hab'n Wegpunkt. Ich hab'n Wegpunkt. Ja, ja, der geht noch bei der anderen Seite. Ja, stimmt. Ciao! Nein! Ah! Was, nein? Ciao! Tryhard! Ciao! Nein! Alter! Wo ist der Wegpunkt? Hier ist der doch. Bist du kacke? Fahr doch mal hier lang! Hab' ich ja Glück gehabt. Nein, Benno! Ah! Ich werd' Floh, aber okay. Benno's von dir haust! Okay, das war jetzt Karma. Kaputt. Hat doch gepasst. Hallo! Engstille! Ah! Ah! Ich hab' keine Schüsse hier in Reifen, Benno. Ja, ich auch nicht. Ey, das ist ne Sofa-Tortur, aber nur ein bisschen. Wenn hier gleich was liegt, ne? Dann liegt da schon wieder was! Jetzt sicher liegt da was! Hallo! Die sind Nerds! Boop, 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 boop! Boop, 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 boop! Aua! Ich hab's schon ja vor Ort ausgepackt. Nix gemacht. Oh, jetzt wollte ich grad auspacken. Ah! Ja! Bremsen! Ja! Oh Mann, ey! Oh Mann, ey! Das ist meine Scheibe! Mit Schluck auf, ey! So, dann müssen wir aus dem Quark kommen, hier langsam, ne? Scheiße! Hab ich doch gar nicht, du Eierkopf! Wie oft noch? Keine Ahnung, 10 Mal! Guck, kaputt, mein Reifen! Entschuldigung! Ja, nicht nur der Reifen! Ah! Oh oh! Das ist fast! Oh Mann! So, wo bist du eigentlich? Ich bin noch gut! Ich bin hier vorne! Kommst du mal? Ich bin auch mal vorne! Achso, bist du Erster? Ich bin Erster, typisch! Warum bist du denn Erster? Ja, 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 ja. Nein! Nein! Wohohohohohoho! Das ist ne Notfallrampe da, Link! Ah! Ich nehm die Rampe auch! Was?! Als dass du jetzt hier drauf gefahren bist! Ich hab doch gesagt, das ist ne Notfallrampe! Notfall... Okay, das war jetzt nicht. Okay, warte, ich muss hier wieder runterkommen! Das muss ich schon sagen! Hier liegt doch schon wieder irgendwas! Wie kann man hier nicht wieder runterkommen? Als ob du die genommen hast! Wie geil! Ja, sicher! Aber da kommst du nicht wieder runter! Hahaha! Warte, den Scheiß! Okay, das ist ne Ausbremsrampe! Aber ich kann doch laufen, oder? Nein! Lauf ist Verbot! Nein, kannst du nicht! Natürlich! Nein! Tschüss! Ich muss hier auch perfekt einparken! Wegpunkt! Ab ihn! Jetzt ist eh zu spät! Aber der Deckel kommt irgendwie nicht aus dem Quark! Na warte, ich komm aus dem Quark! Ne, dann! Doch! Okay, Abfahrt, weiter geht's! Wow! Da ist Lenny, voll Gas! Ciao! Ey! Mit Autos, die Reifen kaputt haben, ist viel geiler! Ah! Benno! Tschüss! Schade, schade! Warum lag das? Geht zu viele Waffen! Aaaah! Wo geht's hin? Na links! Warum hab ich lags? BANG! High-Tech bitte! Hallo! Was ist das? High-Tech, wenn's die Familie! Langes Hack! ESP-Versagen! Äh, jetzt! Wo bin ich denn denn? Was ist da noch? Äh, da musst du ein bisschen Geschwindigkeit mitbringen! Nicht so wie ich, Benno! Au! Haha, hier ist ein Loch! Die ist nass! Die sind nass! Ha! Ah! Fass! Ich hab schon wieder einen Platten! Danke da! Aaaah! Okay, der Ding hat zu wenig Leistung! Gott sei Dank! Moment! Was ist das eigentlich für eine Riesenröhre jetzt? Ey, die muss so groß sein! Wir müssen hier warten, Benno! Wir müssen die jetzt mal fahren mit dem Tore-Streifen! Nein, ihr müsst warten! Wartet doch mal! Ich hab den Wegpunkt nicht bekommen! Looping! Wann hab ich denn Lennart überholt? Warte! Wir müssen ein Looping hier fahren! Mit dem Tore-Streifen! Jetzt wartet doch mal! Zu viel! Da sind extra 4 Streifen! Jungs! Wo seid ihr? Hier hin! Ich bin unterwegs! Nicht unterwegs! Hier hinkommen! Kommt hier uns hier runter! Benno! Hier jeder einen Streifen! Runterkommen! Aber ich muss erstmal ein Cabrio machen! Wenn wir jetzt rammt der mich! Volle Kanne! Benno wo bist du? Benno wo bist du denn? Oh! Park doch mal ein! Achso! Benno! Weißt du nicht? Ja! Waffenwechsel auf Controller? Wo war das nochmal? Äh X! X okay! Bereit! Aber jetzt nicht schießen! Auf die... Ah! Entschuldigung! Alter wie langsam ich bin! Ein richtiger Lenny im Moment! Das passt nicht! Ihr bist hier zu langsam! Tschüss! Alter ist die Röhre riesig ne? Ich hab's geschafft! Ich nicht! Wecker! Cheetah! Leistungsmeier! Also! Was wären wir da raus? Das wird jetzt hier was Überspeuter! Nochmal! Nein ich nehm mehr Schwung! Benno und ich machen nochmal! Das geht! Warte das geht! Mit Sicherheit geht das! Nein! Ja! Ich bin noch! Nein! Ich bin noch! Jawoll! Hilfe! Ich hab's geschafft! Hilfe! Aber ich schaff das doch auch jetzt oder? Ich seh nichts! Oh ich schaff das jetzt auch! Ich hab's geschafft! Okay wir müssen alle die ganze Zeit in den Kreis fahren! Wer fährt in die andere Richtung? Ich! Wow! Nein! Sind das die stärksten Turbofeile die es gibt Lenny? Ja! Schneller ging nicht! Wenn hier Gegenverkehr ist dann hab ich Scheiße! Hier kommt gleich ein Cognoscenti runter! Alles gut! Fuck! Ich fahr ja die ganze Zeit im Kreis! Ist das normal? Ich hab mich überdraid! Wieso sind hier zwei grüne Wagen? Weil der eine hier noch rumeiert! Entschuldigung! Ah! Ihr Schwiefer sagt wieder! Das ist der von mir! Irgendwo seid ihr denn? Leute! Der fährt ja hier immer noch! Ja sicher! Also der grüne Wagen von mir! Ah! Nein! Jawoll! Oh was ein Scheiß! Er fährt auch mal jemand andersrum? Äh... Warte ich fahr andersrum! Warte ich fahr andersrum! Also eigentlich müsste man das mit einem Mule machen! Der zweite Runde! Okay! Ah! Bremsen! Okay wir fahren weiter! Nein! Wir fahren jetzt weiter! Wir fahren jetzt weiter! Okay wir fahren jetzt weiter! Jetzt machen wir nächste Runde! Okay! Ich komme! Oh! Alter mit der Kerl überdreht man sich ja nur! Sehr unauffällig! Die Röhre da oben links! Die dachte ich auch so! Einfach ihre Röhrenblender größer ziehen und einfügen! Ja! Fahr doch mal! Ja geht ja nicht! Ich hab mir die hier Alter! Das ist ein 2-Digter-Diesel! Mit 130 PS ist es! Neh... Neh... Wo müssen wir langen? Ist auf der oben rein! Kein Internet! Ich rampe Benno und flieg weg! Komm komm komm! Ja! Ja! Oh! Gerade auch so geschaut! Wahnsinn ey! Nein! Ich hab sie gerade noch gesehen! Jawoll! Volle! Volle Durchzugskraft! Alter das dauert so lange, dass man hier hochgefahren ist mit der Kerl-Renne! Nicht kaputt machen, wer immer da steht! Ah da steht nur ein Leiche! Ah nein! 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 Ey hier würde ich vielleicht auch etwas vom Gas geben, weil das ein bisschen weit runter geht! Ja ist aber normal! Ja ist aber normal! Wer schießt denn hier wieder? Jawoll! Nein! Die Verkrankte Jungs! Die bringen hier gar nichts! Keine Ahnung, wer die hier hingelegt hat! Entschuldigung! Okay! Bringst mich Jungs! Zurück! Wenn das ein Auto sich geht, dann ist das Brett nicht mehr! Zurück! Sehr gut! Na mit! Lol! Ne nicht auf! Jetzt! Ja! Ist das dein Ernst? Nein, du bist keck! Ich glaube er wird zerstört, Alter! Wieso wirfst denn die nicht? Nein, du bist keck! Ich hab nichts in der Hand! Nee, du bist keck! Schatz! Wer baut denn hier Wasser denn? Kann man hier nicht durchfahren? Winter! Vollgas! Alter, ich hab hier vier Pflanzereisen! Ah ne doch nicht, nur zwei alles! Ah! Oh, das wird eng! Mein Auto schwimmt auf! Oh! Ja! Boah, ist der Kecke da vorne wieder, ne? Das mit den Steinen hier ist übrigens normal! Okay! Hallo Benno! Hallo! Lol! Er fällt natürlich wieder vorne! Woffel töten! Ey, das ist nicht mein Ernst! Das ist nicht mein Ernst hier mit dem Wichtum! Wie geil! Ah! Ja! Warum ist das nicht weg oder was? Ja, von die ganzen Streifen ja nochmal! Was sind das? Steine oder Bäume? STEINER! Aber hier nehmen wir noch kein Traffic-Auto! Erst in der nächsten Runde! Nein, nächste Runde! Oh! Okay, danke! Reifen kaputt! Wer ist denn schon wieder erster von euch? Tschüss! Du musst kurz wohl kaputt machen! Nein! Mann, der Kecke ist nicht lang! Doch! Das geht doch! Aber da ist doch auch, oder? Nein, meins... AAAAAAHHHHH! Schau! Tschüss! Na, lass mich raten! Na, war klar! Hau sich manchmal aus! Ausgewicht! Benno, erst in der nächsten Runde! Ja, hat er recht! Tschüss, schönen Tag! Hat er recht, siehst du? Lenny ist renn, Lenny bestimmt hier! Richtig! Na, nicht jetzt hier! Geh mal Gas hier! Bestimmt jeden Tag! Hallo, hier ist Überholverbot! Ah, fremden! Hallo, gescheit! Hallo, gescheit! Wie kann eigentlich die Scheibe vor mir hier noch stehen? Das ist unmöglich! Sehr stabil halt! Nein! Ist halt ne VW-Scheibe, ne? Alter, ne? Mach jetzt hier! Scheiße! Jetzt ist hier richtig dicht! Wo ist eigentlich Benno? Weiß ich nicht! Ach, ich dachte der wäre hier vorne! Stop, Lenny! Wie, ist die mit explodiert? Ist ja langweilig! Ah ne, hier ist sie doch! Was? Fuck! Ich hör's piepen! Voll bereits so! Boah, Alter! Wo bin ich hier hängengeblieben? An so einem Reifen! Ja, hier ist sowas! Kann man da drüber fahren? Nein, kann man nicht! Aber das klappt! Oh, fast den Wegbrook bekommen! Tschüss! Tschau! Bekomm den nicht mehr! Ich auch nicht! Ich bekomm den noch! Töten! Tschau! Die Haftbomben sind leer! Die Haftbomben sind leer! Kein Wunder so viel wie du schon geworfen hast! Wie viel Haftbomben habt ihr noch? Ich hab noch 23! Und ihr so? Null! Ja! Mit der Granate! Was knallt hier wieder? Wenn doch nicht überholen! Wir sind überholsverbot! Boah, fuck! Nein, ist doch gut! Nein! Erziehen wir! Wie hab ich dich hier jetzt getötet? Ciao! Mit ner Pistole! Aber du hast doch nen platten Reifen! Aber hier steht man doch gut, oder? Oh, du doch auch! Nein! Du kommst doch ja... Wieso? Aber du doch auch! Oh! Nein! Ach, scheiße! Kann ich doch mal reinfahren! Kagenlos! Kagenlos! Tauscht nicht aus! Okay, Kopfschuss! Du bist ja immer noch an der Scheiße da hinten! Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ah, weg! Ah! Nein! Ich brauch jetzt deinen Wagen, Meiner hat keine Leistung! Okay! Hallo! Ich brauch das Auto! Du brauchst das Auto hier! Ja, brauch ich auch! Alter, wie der abgeht, ne? Nein, 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 nein! Oh, kaputt! Ah, der Motor ist nicht haltbar! Ah! 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 Nein! Nein! Er stellt eigentlich seinen Bus hier ab! Entschuldigung! Er ist rumgefallen! Bus müde! Gabriel Nachteil! Ich dachte, wenn du sitzt auch in dem gelben Auto da drin! Nein! Nein, der sitzt hier vorne! Danke! Wieder platt! Kann man hier, kann man hier lang... Oh, kann man gar nicht! Oh! Kann man nicht! Oh! 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 Ja, sieht man! Abfall! Ja! Eingepackt! Halt den Troffen auf! Er hat den Wegpunkt nicht! Ich hab den Wegpunkt nicht! Hast du gar nicht! Jetzt hab ich den! Ja! Ciao, Benno! Ciao! Bella, ciao! Tschüss! Ich hab auf deine Reifen gezielt! Und das hat nichts gemacht! Ja, ich hab auf deine Reifen gezielt! Da ist nichts genutzt! Okay, los geht's! Nein! Nein! Ah! Leute! Zwei Fliegen mit einer klappt! Die Uhrzeit! Hallo, ich hab's geschafft! Liiiift! Klo, wo bist du eigentlich? Wo musst du nicht weg? Ich bin hier vorne! Easy! Ja, eigentlich schon! Ah! Überschluckt! Eigentlich schon! Hier muss man Rollerweight machen! Aber wir sind doch am aufnehmen! Ich kann doch nicht weggehen dann! Auch, kannst du! Hier ist die Rollerweight-Zeit! Alter! Ding wollte ich vorfahren! Alter, jetzt muss man hier schon wieder langfahren! Tschüss! Äh, ja! Ich kann hier nicht warten! Tut mir leid! Warte doch mal! Ja, ich warte hier! Uah! Lol! Ja, das ist mir vorhin auch passiert! Das geht durch die Beschleunigung! Das ist so geil! Danke! Flo! Das ist so geil! Flo! Was machst du hier? Ich? Ein bisschen trollen! Geh! Ey, wie diese Dinger immer so so sind, wenn ich ankomme! Ah! Oh! Oh! Das gibt's nicht! Ich treff keinen! Das ist korrekt! Tschüss! Ich werde mal runter beschleunigt! Soll ich treffe mich ja Benno, wenn er kommt! Oh! 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 Und ich sag, das ist so schlimm! Oh! 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 Kann man in der Flo töten, bitte? Nein! So was machen wir nicht! Toll! Benno, die Schranke ist zu! Oh, ich wollte eigentlich hinterher fahren, aber... Der macht die Schranke nicht auf. Oh, mir fällt grad ein 7er runter. Ach, warum steht er auf der Rampel? Scheiße! Jetzt 7er. Oh... NEIN! So wieder! Boah, fuck! Oh mein Gott. Alter, die Bodenwellen sind schon extrem. Hallo? Fährst du auch mal weiter? Haha, da kommt er nicht ab. Aber bremsen! Boah, ich hab's eigentlich gepackt. Ey, hier steht ein Rundfall. Oh... Ja! Nein! Wieso steht das da? Nein! Ah! Ja! Mein Wegpunkt! Mann, ist der Kacke! Wo ist der Typ? Hammer! Was? Ist das die Idioten? "... Das darf ich jetzt nicht, das schaff ich noch, das schaff ich noch, das schaff ich noch, nein. Oh geil, das war so geil gerade, ohne Scheiß. Nein! Was für eine Scheiße hier, wieso geht die Schrank hier jetzt wieder zu? Boah, hier macht die Schrank nicht auf, richtig. Platz da an Abfahrt. Platz da an Abfahrt. Nein, danke. Ich bin nur auf die Schrank. Nein, ich bin runtergeboostet. Schau wieder Schranke zu. Vater! Ich brenne, das passt. Rofl hast du es jetzt mal, können wir mal eine Runde abschließen, irgendwann mal hier. Nein, nein. Als ob die Stelle nicht schon schwer genug wäre, nein, er muss uns noch da unten schäumen. Dann bist du oben. Toll, ich spring wieder runter. Oh mein Gott! Jawoll! Mann, der muss immer übertreiben. Vorsicht Lenny! Wo ist eigentlich Benno? Warte, oben! Mann! Gar nicht gesehen! Was denn? Na gut. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Nein. Oh, geil. Okay, jetzt passiert mal. Passiert mal. Passiert den Tomaten? Ja. Weiterfahren, hier gibt's nix zu sehen. Weiterfahren. Wann machen wir das, Danny? Ich muss mich beeilen! Ja dann los! Ja, Raufel droht mich! Oh nein! Bierne! Alter, Danny in diese Rampe muss andersrum gesetzt werden, sonst kriege ich Aids! Seid ein Anfeiner! Das ist ein Idiot! Tut mir leid! Das kann nicht wahr sein, wie man da so scheiße aufreiten wieder runterfliegt! Ne, Cognosanti ist das! Cognosanti ist das gerade! Nein, ich brauche einen Lennartswagen! Nee, da ist sofort eine scheiß Rampe andersrum! Was für eine Rampe, Alter! Die sind alle top! Ja, die am Anfang! Nein! Die ist falsch umgesetzt! Nee, hast du die Autos gerade kaputt gemacht oder sie sind explodiert? Ich hab sie gerade kaputt gemacht, weil die kacke sind! Welche Rampe meinst du? Die! Man knallt da zu sehr drauf, dann fällt man runter! Nein, man knallt da gar nicht so! Aber wenn du die andersrum setzt, dann kannst du die in einem smoothen Ding nehmen! Ja, aber du musst doch mal einfach ein bisschen abladen, sonst funktioniert das wunderbar! Nee, das funktioniert so nicht! Ich bin nicht! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Du hast meinen Rakt in dem was von hier rübergeflogen ist? Oh Gott! Junge! Ich hol mir jetzt den Wegpunkt! Bitte! Verarscht! Keine, die hat den Wegpunkt! Wie soll das funktionieren? Ich bin das zweite Mal umgekehrt. Ja, mach ne Runde, Leute. Los! Ja, aber ich mach nur eine. Ja, reicht ja auch, wenn wir irgendwann mal hier meinen Potikern nehmen. Musst du eigentlich ja schon vor 10 Minuten da sein. Komm, wir halten die beide auf. Mann! Jetzt muss ich mein Dach zumachen, toll. Das kann doch nicht wahr sein, ich bin doch nicht da so beschäftigt. Jetzt auf einmal und schrei weiter, ne? Oh, hier kann man parken, oder? Na warte, braunen Parkplatz. Nein, du fällst jetzt nicht runter. Guck dir mal Lenny an, wie aggro der ist. Das ist mein Auto, Heile! Okay, mein Auto ist wieder kaputt. Ey, gibt's hier eigentlich wieder Granat... Ich verkauf hier Granatäpfel. Will jemand? Ich bin Händler. Ich will einen! Ich bin Vegetarier. Tschüss! Ohohohohohoh. Diesen Zeitpunkt war ich mal... Richtig, tschüss Penno. Floh, wo bist du eigentlich? Wo bist du, richtig? Guck mal, die besten Parklets sind schon weg. Ich bin bei der Rampe, ich komm hier nicht rüber. Ich werde mal untergebluten. Ich bin hier nicht rüber. Okay, wir halten die Person. Aber die Obstinger, sind doch auch sonst immer weg hier, oder? Oder sind die hier immer? Special Verkauf, Special Verkauf, Granaten, Kanister, Level was? Granaten... Ey! Oh, das kann nicht wahr sein! Ey Flo, so schwer ist das doch nicht. So schwer ist es ehrlich nicht. Ey, das liegt nicht an mir, wenn ich da drauf drübe, und dann vorne drunter gebrustet bin. Ja, dann fahr doch mal ein bisschen langsamer. Dann explodier ich. Ja, der fahrt trotzdem langsamer. Entschuldigung, musst du dich mal drehen. So Flo, jetzt! Hör auf! Boah, das klappt! Leute, ich bin immer noch auf der Strecke. Bei mir ist Flo richtig weggespawnt. Flo, jetzt schaffst du's doch! So, Abfahrt! Autsch! Wir haben noch ne Runde, Leute, Vollgas! Ja, aber dauert nicht mehr lang. Jetzt kommt die Strecke, worauf er mir die Reifenblatt schießt. Ich hab's gewusst. Kann ich mal heiler die Reifenblatt schießen, bitte? Keine Ahnung. Oh, das kann nicht wahr sein! Nein! Nein, runtergefahren, weil ich nach hinten geguckt hab. Birne. Oh, Eier. Das ist jetzt Worte hinter mir, wo die Reifenblatt gehört wurden. Ey, das ist übrigens normal, wo ihr gleich reinfliegt. Ja! Ui! Das ist normal, wenn du... Alter! Das ist normal! Oh, Mann! Das ist nämlich von einem hohen Kernfabrik, die Abgehörzung. Warte, warte, warte. Ich muss mir das erst mal anschauen, bevor jetzt hier wieder geurteilt wird. Nein, das ist normal. Echt? Ja. Boah! Boah! really... Youf! Youf! I nemكن zu?! Boah! Hai h Water. Alles kaputt. Die ganzen Kisten weggeflogen. E假, ich hab aufgeräumt. Bremsen! Aber mein Auto bremsen! Nein! Haha! Nein! What the fuck? Alter, manchmal kriegt man so'n 3 von diesem Kekkei dahinten. Oh, das ist witzig. Warum ist das hier witzig? Bremsen! Au. Notbremse. Lini, ist das ein Verwandlungsraum? Nein. Wenn du bremst doch mal! Wie ein Spongebob! Ich dachte unbedingt in die Botte, wenn wir diese Kanonentrugen entgegenkommen. Oder was auch immer das ist. Diese Fischkugeln. Fischkug. Richtig. Wie müssen wir denn jetzt sagen? Einfach hier runter? Ja. Aber nicht so wie ich! Hallo, Venno! Eingeparkt! Jetzt warte doch mal! Aber hier kann man doch noch Huffboppen hinlegen, oder? Nein, kann man nicht. Oh doch, kann man. Eins, eins schon. Also mein Auto brennt immer noch? Ja, das musste jetzt mal sein. Ey, wo ist... Ein Tschüss, Tod. Wo müssen wir hin? Wo ist der Wegpump? Jetzt noch ein bisschen von da oben runter. So Leute, ich muss da jetzt ausmachen. Tschüss. Guten Abend noch. Tschüss. Tschüss. Wo seid ihr denn jetzt alle? Nicht wahr. Danke. Gib doch mal Gas. So Slamper Test. Boom. Nein, das ist eine Bodenwelle. Mach doch mal langsam. So Slamper schon. Warte, warte, wir müssen das realistisch machen. Nein, alles nochmal. Alle hintereinander. Alle zurück. So, jetzt nochmal langsam. Nein, zurück, Lenny, um die Ecke hier. Nein, das passt so. Zurück. Nein, direkt davor gehen. Du musst um die Ecke. Wir müssen das realistisch machen. Und hier muss Gegenverkehr erstmal kommen. Und du musst die Kurve schneiden. Los. Geh ich in meiner Karte. Ja, da, 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 da. Boom. Okay, war gut. Aaaaaahhhh! Genial. Vorsicht! Oh! Alles gut. Okay. Oh oh. Ja, hier wird mal ein bisschen geboostet. Also, nicht erschrecken jetzt, weil das kann manchmal extrem werden. Ihr müsst... Aua. Danke, grad auf die Räder gedreht. Hallo! Hi. Oh. Oh, wo sind die Bremsen hier? Toll, steh ich im Busch drin. Ihr müsst immer bremsen, wenn ihr geboostet werdet, weil das ist etwas extrem geworden. Ey, das mit dem Mule muss der Hammer sein. Können wir nicht die Steine hier mal weg tun? Die müssen hier sein. Ey, diese Steine sind das Schlimmste hier in diesem Parcours. Ja, das Gute ist, der Mule kann das auch. So, jetzt müsst ihr ganz toll bremsen, weil sonst hab ich die Scheiße. Aber wir müssen auf den Turbofime bleiben, ne? Äh, das schaffst du nicht. Tschüss. Wir müssen ein bisschen was auslassen. Tschüss. Immer an der Ende der Map. Respawn, respawn, genau bin ich da. Nein, gib den Weg. Ich bin normal. Grenzen. Ist doch super. Der war jetzt hier so hoch. Oh, nein. Werner und ich sind geflogen. Ich bin ja auch mal durch die Map. Ich bin ja auch mal durch die Map. Die müssen stoppteilen hier. Die gar nichts bringen. Ich weiß, deswegen hab ich das da hängemacht, damit ich nichts bringe. Okay. Ja, Abfall. Alter, wir haben schon wieder 26 Minuten. Wir haben noch eine Runde. Das wisst ihr, ne? Hier runter. Oh, jetzt müsst ihr dem Lauf wieder und folgen. Obst dann! Aua. Wie Obst dann? Ja. Eigentlich schon. Ich brauche einen Packplatz. Granatäpfel. Echt? Wie kosten die heute? Die im Angebot? Ja. Auf die Packplätze ist belegt. Granatäpfel. Der stand war doch niemals der Öffel. Natürlich. Er möchte Granatäpfel haben. Abfall. Warte doch mal, ich bin irgendwo am Arsch der Welt. Ist egal. Au. 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 Kann man super runterfahren? Nein. Doch, Benno. Jetzt prank. Prank des Jahrhunderts. So. Ah. Alter. Wir bauten die Scheiße hier. Ciao, Lenny! Ja, die hat vorüber unten angebracht, hat trotzdem funktioniert. Ja, die ganze Zeit. Er hat uns da drunter gelegt. Richtig. Nein, jetzt warten, Linker. Wir warten jetzt hier. So. Achtung. Er hat wieder seine Leuchtpistole ausgewählt. Au. 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 Wir springen ja, ne? Schwerer Unfall. Aber auch Notarzt und Feuerwehr. Richtig. Ja. Boah. Boah. Die Hütchen sind übrigens normal. Zug? Ja, der Zug ist auch normal. Okay. Okay, guck mal. Oh. Ich würd euch mal empfehlen, das Hütchen dahinten zu berühren. Das ist nämlich lustig. Was ist das denn? Riesenhütchen? LOL. Pfff. Kaputt. Wie bei... Nein, das letzte Teil ist für Benno. Reserviert. Boah. Wow. Abfahrt. Okay, geht auch nicht kaputt, Boah. Hat doch geklappt, Benno. Boah. Hat das geklappt. Also nehmen wir jetzt hier den LKW? Nein, noch nicht. Obwohl... Ja, zweite Runde. Junge, wer hat zweite Runde. Nein, das ist gleich die zweite Runde. Natürlich. Warte, ich brauche auch was vernünftiges. Nehmen wir jetzt den LKW da. Was hat denn denn richtig heißen? Nehmen wir doch den LKW da. Ja. Aber er ist doch nicht unerreichbar, oder? Hier ist doch auch noch ein LKW. Unerreichbar. Warte mal, die spawnen gleich weg. Die spawnen sie auch. Nein, die sind weg. So, wir nehmen jetzt alle drei Lastwagen. Ich habe hier einen dritten für Benno. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Alter, ich muss dem jetzt hinterher fahren, damit er nicht wegspawnt. Ich habe doch hier einen, direkt neben dem Start. Hier eine. Ja, reicht doch. Was habt ihr mit dem anderen gemacht? Ja, Benno hat mich nicht durchgelassen. Ja, Benno hat mich nicht durchgelassen. Aber ich habe ihn doch noch hier. Der ist doch noch nicht weg. So, hier ist der doch. Ist doch super. Sind eure voll? Ja. Scheiße. Weniger Leistung. Warte mal, ich habe den Wegbuch da gar nicht eingesetzt. Aber das bringt Zehntweh erst mehr. Ich habe den mal reserviert, Benno, ne? Na ja auch. Weil die sind aufgeklebt, die Sanddinger hier. Der kann gar nicht abfallen, wie langweilig. Wie geil wäre, wenn der Sand so nach und nach abfallen würde, wenn man in die Kohle fährt. Das wäre cool, ja. So. Alle mal an Startstellen. Nein, Opel baut Katastrophenautos im Moment. Quatsch. Natürlich. Der Kombo könnte wieder kommen. Allein schon, dass sie mit der PSA-Gruppe zusammenhängen. Ja, was haben wir da zu sagen, ne? Ja. Äh, viele. Das sehe ich mal gerade so. Wo seid ihr eigentlich? Wartet doch mal. Einen Start. Okay. Sind zwar da, wo ich vorher stand. Ich wusste gar nicht, wie weit ich jetzt fahren muss für die Scheiße hier, aber... wohl ein bisschen. Ja, Challenge. Alle drei das mal durchkriegen, ne? Benno! Also weiß ich mal richtig kaputt. Ey, wir hätten wir, das dauert eine Stunde hier. Länger. Ja. Wird in zwei Parts aufgeteilt. Abfahrt. Nein, wir müssen uns erst am Start stellen. Dann machen wir Mario Kart Musik und dann können wir. Okay. Das muss zensiert werden. Das ist nicht von Mario Kart. Das ist von... Luigi Kart. Kariomat, richtig. Warte, hinstellen. Ja, da ist doch ein bisschen hier vorne. Fahr doch mal genau aus. Nein, wir standen vorhin hier. Nein, wir standen von dort. Nein, wir standen von hier. Nee. Also stellen wir uns jetzt wieder hier. Nee, wir stellen uns jetzt hier hin. Warte, Moment. So. Perfekt. Das war Mario Kart nicht. Nicht hier. Nee, nie. Moment. YouTube-Riegel. Moment. Danke, dass man wirklich kaputt ist, Benno. Bitte. Aber da ist doch auch. Benno, warte doch mal. Hoffe, Benno fährt vor. Mann. Meine Fresse. Haben wir es jetzt. Wie dumm diese Aufbauunfälle immer sind. Haben wir es jetzt. Die ganzen Köpfe haben wackelt. Lol, guck mal, jetzt kann man sogar mit dem LKW mal hier hoch. Auf die Platze. Lol. Hallo, bereit. War das bewusst? Nein, oder? Nein. Ah, irgendeine Banate. Das ist jetzt nicht dein Ernst gewesen, oder? Da lag eine Banatenschale. Ey, Junge, ich habe gerade einen Lastwagen gehabt. Banatenschale. Alles kaputt. Jetzt kann ich mir einen neuen Lastwagen holen. Danke. Das war die Rakete, die man immer hat bei Mario Kart. Danke. Jetzt ist alles kaputt. Ich kann mir wieder ein neues Auto holen. Das war ein Special Geschenk. Alles klar, wir machen so lange hier einen Aufnahmestopp. Bis gleich. Bei Mario Kart. Weiter geht's. Lenny hat seinen Däscher und Bus. Eben Sinn. Und wir. Unseren Samt LKW. Den guten. Auch genau, Knacken Taxi. Da sind bestimmt Flüchtlinge drunter unter dem Son. Knacken Taxi ist das nicht. Versteckt. Ja, das ist mir schon klar. Ja, das ist mir schon klar. Ja, das muss auch. Das geht so ab, ne? Ja, das muss auch. Moment, ich habe keine Scheiße. Entschuldigung, ich habe einen Stein auf einmal. Ja. Der war da vorhin noch nicht. Ja. So. Ah, Zeugs. Wir müssen einmal springen, Lenny. Wir müssen jetzt aber bremsen, ne? Ich brems doch schon! Und... OOOOOOOHHHHHHHHH! Nein! So, jetzt kann ich nicht mehr springen. Ich muss kurz wenden! Warte, ich muss wenden! Ich komm hier hoch, ich habe genug Drehmoment. Geh doch mal außer weg! Alter! Geh, wir hochmarschieren. Nichts. Warte, ich brauche ein bisschen Anschluss. Nein, ich brauche mehr Anschluss. Wahrscheinlich haut ihr dann oben gegen das Schild. Das wäre der Hammer. Aber dein anderer Kollege hat es nicht geschafft, Lenny. Weil der liegt da noch rechts, hier. Ja, gut. Hier, er hat gepasst. So! Mein Kollege da unten. 3, 2, 1, go! Volgas! Wo hast du denn da gesagt? Du hast den da gesagt. Alle hintereinander, ne? Wisst ihr? Windschatten-Stauber. Alle über die Scheiße da springen. Aaaaaah! Das überleben wir nicht. Aaaaaah! Ich schaff's nicht! Boah! Benno! Wo seid ihr denn hingesprungen? Alter! Nicht explodieren! Nicht explodieren! Aaaaaah! Ich bin heilend. Boah, ihr auch. Ich bin zwar auf dem Dach gelandet, aber ich bin heilend. Aber ich bin heilend. Ich bin ein bisschen hinten auf meinem Rad gelandet. Abfall. Äh... Also kann sich der Bus nicht mehr aufstellen. Was ist das denn scheiße? Mein Bus stellt sich nicht mehr auf! Doch! Muss ich jetzt ernsthaft wieder umdrehen? Ja! Wo ist der Ding? Das gibt's dann. Nimm den Zug, der da vorne lang fährt. Das hilft mir aber nicht. Der kommt nicht runter von den Gleisen der Deck. Ja. Hast du's jetzt? Nein! Das ist ein Kackbus. Komm, wenn du mir helfen. Manchmal kann man ja helfen, doch. Das ist ja freundlich. Aber ich will nochmal springen. Ich... Nein. War nicht cool. Stell dich doch mal auf! Ja, wenn du mich gegen den Leitpark drückst, dann ist das nicht gut. Drück doch mal von der anderen Seite. Jetzt! Ah! Nein! Tut's nicht! Warte, ich muss mich aufschaukeln. Jetzt! Junge, was macht der Escalate? Eskalieren! Jetzt! Ja! Warte jetzt! Was ist das für ein fettes Teilteil? Guck mal nach links! Ja, hab ich. Wenn du hilf doch mal hier. Du hast schon gesturrt. Also geht das besser. Hier, Virgo. Den nehm ich. Vigero oder wie der heißt. Der kann ja nicht aufstellen. Der hat ne gute CPO. Jetzt! Wenn du kannst doch auch. Okay, mit Mech. Hör auf! Nicht totmachen! Mein Auto steht da noch. Ja, und dann warten wir eben. Okay, abfahrt. Der Virgo-Fahrer hat's überlebt. Da sind grad drei Achsen drüber gefahren. Selbe Stein wie vorhin. Ich fahre nochmal gegen. Alter, das glaub ich. Hab ich gesehen. Alter, wo's vorhin eingeditscht ist. Mit diesem Steinunfall. Aber ist das eigentlich ein Problem, wenn du nen mittleren Reifen weg hast, Sandy? Ja, ist es, weil das ein Antriebsrad ist. Okay. Fahr doch mal hier. Will ich ja. Nein. Du rückst mich da jetzt nicht an. Drück dich hier gegen. Tschö! Irgendwie müsst ihr auch bremsen irgendwann, ne? Weil das hat die Scheiße. Bremsen! 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 Alles gut! Aua! NEEIN! Bremsen! Ohoho! Scheiße! Nein! Oh nein! Anders lenken! Ja das bringt aber nichts. Anders lenken wir Vollgas! Dann dreht er sich aber aufs Dach. Ist doch GTA-Logik! Wie so n... Mit Liebe! Vorsicht! Nein! Hat gepasst! Warte mal, welches davon ist die Antriebsachse? Die mittlere! Hey Jungs, ich hab Scheiße! Als ob? Nein, weißt du jetzt, beide! Okay, los! Abfahrt! Die sind hier nicht in Cobra L! Nicht! Boah, was realistisch ist! Warum ist da eigentlich so ein komisches Ausrufezeichen mit so einem Blitz drin, meine ich? Das ist wegen der Sicherheit! Nein! Das ist jetzt nicht dein Ernst! Das ist jetzt nicht dein Ernst gewesen! Geh, wir warten noch! Boah, der kann hier nochmal! Kaputt! Was kannst du eigentlich? Zurück! Weil du mir nicht sehr genug gesagt hast, was das ist! Zurück! Du brauchst einen neuen Lastwagen! Nein, warte mal! Wo ist denn die nächste Stelle, wo du runter kannst? Das dauert nicht! 10.000 Kilometer! Ne, da unten! Das ist gar nicht mehr so lange! Nein, ich drehe jetzt nochmal um! Loll! Dann warten wir! Nochmal warten! Aufnahmestopp! Aufnahmestopp! Ja, kann man machen! Alles klar! Ich weiß nicht, was du getan hast! Auf jeden Fall geht's jetzt weiter! Ich hab'n Hänger! Warum macht der die ganze Zeit Screenshots? Wer? Das Tattoo kaputt! Solange bis Speicher voll ist! Die ganze Zeit, wenn ich A, W... Ich würd mal bremsen auf, ey! Ich würd mal bremsen auf, ey! Wie bremsen! Boah! Bremsen! Äh, Benno! Benno! Du standst da jetzt nicht, oder? Tschüss! Junge, du warst im toten Winkel von mir! Immer wenn ich irgendwas drücke, mach' ich Screenshots! Hallo, warum geht das? Ist doch gut! Äh, Rossel! Vorsicht hier mal bitte, wenn du ist runtergefallen! Was? Ich hab' wieder... Äh... Guck mal... Äh, warum mach' ich Screenshots, Alter? Das geht's nicht mehr klar! Kommt man da überhaupt raus, wo, wenn er gerade ist? Nein! Nein! Doch kommt man! Aber nur in das... doch kommt man! Er lebt ja noch! Ich kann nichts mehr machen, ne? Wie, der lebt noch! Nein! Wie, du kannst nichts mehr machen? Nee, wenn ich irgendwas drücke, mach' ich Screenshots! Haha! Scheiße! Drück' ich in die Tasse, mach' Screenshots! Ey, ist die F12 blockiert, oder so? Für F12! Oh ja, komm, komm! Du Eier drauf! Was? Geht's? Geht's, auf einmal geht's! Ohne F12! Hör doch auf! Weißt du, hier unten ist überhaupt ein Journey unten mit Anhänger, weißt du? Ey! Und ich komm' hier nicht raus! So, jetzt hast du Scheiße, Rossel! Warte, ich komm immer hinterher, Moment! Ich hab Anhänger für wahrscheinlich, ich weiß, wie das geht! Hör doch auf! Ich verliere den gleich! Nein, du verlierst ihn nicht! Wo ist... wo ist denn ein... ach, da ist ein Hänger! Weil du hast du den... den Journey? Ja, die kommen ja doch wieso nicht raus! Doch, da ist ne Ausfahrt! Ach, hier! Nimm den Journey! Ja, der ist weggefahren, durch die Wand durch! Junge! Ey! Er setzt noch mal zurück! Was für Junge? Warum ich? Setzt doch nicht zurück! Ich will da hochfahren! Junge! Wenn du da hochfahren sollst! Halt mal hier frei! Du Eiersack! Das passt! Oh fuck! Oh oh! Kann ich mir einer helfen, bitte? Nein! Ich hab gar technisches Willen! Alter, wie viel Leistung der Bus hat, ne? Guck dir das mal an! Alter! Der hat schon Power! Richtig! Benno, was ist denn jetzt bei dir? Der ist mal ganz außen rum, Burg! Alter, der hat ja viele Drehungen! Ich bin schneller als du! Guck! Okay, jetzt hat Benno auch ein Hänger! Nee, Benno auch nicht! Das ist Journey! Oh, das ist Journey! Oh, das ist Journey! Ich heils auf! Oder hast du? Ich hab's! Ah, bremsen! Oder Ingoth! Nein, Journey! Wenn du da hinten bist, dann kannst du jetzt schon mal anfangen auszuweichen! Ah! In Sicherheit bringt! Alter! 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 Was ist denn jetzt? Okay, drei verschiedene Konzepte, find ich gut! Konzept, klar! Hätte ich mal den Zettler genommen, der wär viel geiler gewesen! Ja, aber den gab's leider nicht! Doch, der kam grad entgegen! Wo wir den geholt haben! Aber da unten steht auch einer! Stimmt! Aber der hier ist cooler! Ja, ist auch! Ich hab viel mehr Drehungen! Ich hab viel mehr Drehungen! Richtig! Ich komm hier nicht hoch! Oh, der schafft das gerade noch so! Warte, ich mach dir das! Nein! Ist auch kein Problem! Ich mach dir das! Benno, wo bist du eigentlich? 30 Minuten vom Start bis zum Start! Richtig! Benno, wo bist du eigentlich? Oh, Phil! Vorsicht! Nein! Bananenschale! Nein! Das waren diese Runden! Alter, das Journey hat so viel Leistung! Ne! Bist du mal Bremsenwelle? Geh, Benno, hast du keine Kindheit mehr mehr! Oh! 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 Ist er runtergefallen? Nein! Er ist jetzt nicht runtergefallen! Nein! Er ist runtergefallen! Also, ich fahr da mit Vollgas durch! Mit dem Journey! Und rantanzen! Und ne guten Fahrwerke! Oh! Geile Reino! Okay, nochmal ne Pause hier! Haben wir es jetzt endlich! Mein Gott! Wir wollen ja alle durchfahren! Hier ist jetzt so ein Journey! Ist so! Alter! Ich fahre da! Ja, los geht! Nein, mal die Sachen hinten drin! Boing! 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 Ja, so Front weg! Ja, so Front weg! Ja, so Front weg! Nicht gegen den Stein fahren, Benno! Der ist gefährlich! Da bin ich schon dreimal gegen gefahren! Boing! Dann Lenny jetzt aber, äh, hier, ne? Ja! Meine Sachen! Oh, zum Glück! Ist der Besen noch drin? Ja! Aber der hat ne Speziallenkung, wenn ich nach links einen lenke! Weil der lenkt der nämlich extrem! Okay, groß! Und außerdem hebt sich das Bein! Bremsen! Wenn du bremst! Benno, nehm nicht den Turbo mit! Ah, meine Sachen fliegen raus! Waffe, bitte weih ich jetzt schon mal aus! Bus kommt! Boop, boop! Ey, ich hab noch nen Eimer hinten drin! Ist das gut? Nein! Benno! Das glaube ich jetzt nicht mehr! Ich hab gebremst! Verdammt, fucker! Du solltest den Turbostreifen nicht mitnehmen! Oh, bist du kacke! Das Ding hat doch keine Bremse! Guck mal, wie viel Scheiße hier liegt! Bei den Bremsen verrossen jetzt! Ich hab nen Zaunfest! Nein, ich hab nen Zaunfest! Hab ich den auch noch bei dir drin, Lenny, den Eimer? Ich steck auch nen Zaunfest! Nein, bei mir ist der Hänger leer! Was ist das? Ja, ne? Ah, Robert! Okay, pass! Hör du, was ist denn jetzt? Aber hier liegt alles rum! Warte! Ich hab alles verteilt, was geht! Bei mir ist alles runtergeflogen! Was? Aber hier liegt ja alles oben drauf, oder nicht? Ne! Hier liegt ne Werkzeugkiste! Alter, wie gieß ich denn hier hoch? Alter, hier sind noch die Bremsspuren von dir, Lenny! Entschuldigung! Okay, jetzt kann man auch nicht zu einem Hänger! Jetzt kann man von Bremsplatten reden! Benno, los! So, Benno, haben wir es jetzt! Endlich! Brems, Benno, Brems! Bremsen! Bremsen! Rechts vorbei, rechts vorbei, Benno! Ja! Ja, sonst komm ich nicht mehr hoch! Ja! Bremsen! Okay, jetzt ist es gut! Endlich mal! Nach 500 Jahren! Besser gesagt, nach 20 Minuten! Nichtig! Benno, Vorsicht! Nein! Nein! Wo bist du? Nein, mein Hänger! Entschuldigung! So! Das wird ein Super-Stat hier, ist voll geil! Wahrscheinlich fallen wir jetzt runter und kommen nicht mehr weiter! Oder irgendeine Scheiße passiert jetzt hier! Nein, das ist fast! Jetzt müssen wir über das Gefühl fahren! All right! Nein, darf man nicht! Aber echt, oder? Die Kurvenlag hat sich verbessert durch diese aerodynamische Kacke da vorne! Ah! Hier, Stop! Anhalten! Achso, Lenny hat Bendehammer da, also gut! Bendehammer! Warte, ich muss mir helfen lassen! Puls! Verperst! Warte, Moment! Zurück! Was ist das? Nein! Was passt auch, oder? Nein! Das hängt auch auf! Danke sehr! Gerettetetii Was hängt da Warum sind die Turbolstreifen in der Wand? Wo? Das ist für'n Wallride beim Rückweg. Und das funktioniert auch wunderbar an der Stelle hier. Echt? Ja. Äh, nein. Lass mich kurz überlegen, dann. So, mein Trailer 3000 ist schon kaputt. Ne, Trailer 200. Trailer. Trailer 200. Kleine Version. Ach, jetzt kommt diese geile Stelle hier. Oh, mein Bus geht ja fast um! Woh! Alter. Vorsicht, hier sind ein paar Sofa-Touren. Ja, das macht ich glaube ich gar nicht mit dem Bus. Doch. Natürlich. Stop, anhalten. Lass den Trailer 200 in Ruhe. Äh. Passt doch, easy. Easy? Au, noch ne neue Stelle. Was ist eigentlich, wenn man hier rechts runterfährt? Dann hat man Scheiße. Kann man hier auch fahren? Ne, hat man Scheiße. Hab ich nen Wegpunkt verpasst? Ne, der ist hier unten. Wollte ich schon sagen. Stop, hier muss man bremsen. Muss man gar nicht. Boah, was bremst du denn schon? Boah, das war knapp ey. Der bremst einfach und ich ne halbe Stunde vorher schon bremst. Kann man hier hoch? Nein, da kommt man nicht runter. Kacke. Das glaub ich jetzt nicht. Jetzt ist mein Controller leer. Oh, der fängt aus weiter. Moment. Warte, ich muss irgendeinen anderen Controller anschließen. Okay. Kann man hier mit Vollgas fahren? Ja. Hier so 10.080. Wow. So, jetzt gehts, oder? Ja, geht schon. Aufschlocken. Wow. Okay. Wieso seid ihr eigentlich? Wieso wartet ihr nicht? Wir warten doch hier. Hier ist ne Startlinie. Guck. Achtung, Schlinge liegen. Achtung, besoffener Autofahrer. Richtig. Hier, ich mach hier ne Startlinie kurz. Hm, 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 hm. Achso. So, fertig. Alter, der Bus ist echt... LOL. Ich lieg auf der Seite. Hilfe. Hilfe. Ich hab grad die Startlinie gebaut. Der sieht voll geil aus. Hey, der Bus kann sich jetzt aufrichten, weil er so schief ist. Geil. Er kann sich aufrichten. LOL, der ist so schief. Okay. Geiler Bus. Die Rohrbomben da noch? Äh, die... Ich hoffe nicht. Die Tränen hast du da hier? Den, 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 den. Okay, los. Abfall. Ey, hier müsst ihr Vorsicht machen mit dem Loch, was kommt, ne? Oh, oh. Bremsen. Und jetzt nach innen. Ich brauch aber Schwung. Benno! Schwung! Gib Gas! So, das wird eng. Das wird eng. Warte doch mal, Benno! Weißt du, sag GAS! Ah, Brems! Nein! Ey, jetzt hab ich Scheiße. Zurück! Nein! Ich hab hier den Anhängerführerschein. Ich weiß nicht, wer das war. Ja! Lenny, stehe nach vorne! Nein! Ich schiebe! Ja! Hilfe! Hat's gereicht? Ja! Benno! Wie soll ich hier durch? Ah, Nanny, Vorsicht! Nochmal rückwärts fahren, Nanny! Das passt! Oh, das wird eng. Das wird jetzt... Nein! Ey, wenn ich jetzt noch gar... Ich kann sich wieder aufrichten! Neuer Bus! Geil! Ich komm hier nicht hoch! Der ist besser als vorher! Also, ich komm hier nicht hoch! Kann ich ein World of mit einem Looping mit dem Journey machen? Nein, Benno! Oh, Scheiße! Scheiße! Benno, nein! Wenn du jetzt explodierst, dann... Ist echt so! Dann rast ich raus! Dann schnall ich ab hier! Ja! Dann schnall sich ja eh nie an! Natürlich! Ja! Immer! Türken schnallen sich nicht an! Katastrophe! Oh, nein! Das Loch! Volgas, Nanny! Nein, das schaffst du nicht! Wo bist du, Nanny? Fuck! Nein! And again! Das Loch! Warte, jetzt schaff ich's! Nein! Natürlich! Wieso helft... Wieso helft dir auch keiner? Ich weiß nicht... Es springt bei der dicke Kiste! Natürlich! Nein! Schaffst du nicht! Er macht hier auch so n' Kacktel den, was so oft schießt! Das stimmt auch! Das wär jetzt ganz schön... Das werd jetzt ganz schön engerlar! Ich glaub... Ich hab's geschafft! Das Ding ist wie Seife! Wieso hilft dir denn keiner? Wieso ein Flummi, filho? Wie Kacke seid ihr eigentlich? Vielleicht... Einer guckt auf die Karre von dem anderen... Und der Andere holt sich jetzt nen Karre und schiebt mich hier hoch! Nein! Geh, wenn du's Karre ist verrostet. Wenn meine Karre explodiert, dann stell ich mich drauf als Sänger rein, dann schluss Jungs, Weißjeng jetzt brauch Hilfe Okay, schieb dich Okay, bevor ich hier oben bin Näh, nicht mit deiner Karre, park die da oben Ja, dann ist man die weg Nein, nicht mit Benno die anguckt Natürlich Und wie soll ich denn in den Runden kommen? Jungs, ich komm jetzt, gib Gas Benno, wo bist du denn? Der braucht, muss gerne oben bleiben Nur als ob du mich mit der Karre schieben kannst, das hab ich jetzt Natürlich Vorsicht, ich brauch den Schwung Wolfgang, pass auf Nein, 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 nein Handgrenze Warte, jetzt schaff ich Mit Drehmoment, komm Vollgas Nein Nein Bremsen Nein Ich bin schon quer Bremsen Bremsen Tschüss Bremsen Bremsen Nein Okay, ich hoffe, ist Hänger mit dir Nein, mein Hänger mit dir Boah Nein, ich brauch ein neues Auto, das glaub ich jetzt Jetzt nicht Geh, Pause Wieso ist der Bus denn jetzt kaputt? Weiter geht's Der Hänger ist gerade am eskalieren gewesen Mal wieder Kommt der jetzt hoch oder? Wir sind doch noch gar nicht hochgefahren, oder? Ne Passt das? Das passt doch Alter, wie perfekt das gerade ist Jetzt macht Platz 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 Wie das jetzt easy gepasst hat Oh, das ist verkackt wieder da hinten Das ist ne Bier, ey Wer war ist denn jetzt? Moment Wegpunkt Was mir nicht springt, aber ich kann eh nicht missbrauchen Der Hänger macht, was er will gerade Ah Das glaub ich jetzt nicht Hilfe Denny Der Hänger ist doch gut Der ist doch gut Der ist doch gut Ey, Mann ey, ich... Komm mir nicht hoch So, jetzt aber Bommel, Bommel Und meine andere ganze... Meine Federung die ganze Zeit Boing 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 Nicht berühren bitte, weil sonst hab ich scheiße Gott, ich biegst dich schon mal runter Nein Nein Roffle, wo bist du eigentlich? Ich versuche hier gerade durchzufahren Wenn du nicht berühren Ey Ich hätt Bock auf so nem Wohnmobil wie so ein Jet Oh So ein American Was machst du eigentlich heute? Halben Monat Gar kein TÜV Warte, ich komm so vor Wenn der explodiert ist, wär du schuld Warum ist das immer die Schuld von den anderen heute? Geh nochmal rückwärts fahren. Nenni ich komme! Ich bin grad zu doof um hier durchzufahren. So jetzt aber. Schalte doch keinen hoch! Der schalte dann hoch! Schalte einen runter! Ich kann mich so umschaukeln, dass ich einfach umkippe. Warum schau... Ich! Ey, der schaltet hier einen hoch! Roffel, was ist denn jetzt? Ich weiß es doch auch nicht! Hol doch mal Schwung! Also ich kann dich nicht hochfahren, ich hab grad Scheiß. Baumel, Baumel! Rollen, rollen, rollen! Was schaukelt sich das Ding nach unten auf? Roffel, guck mal wie das Ding jetzt steht, Benno! Magic! Magic! It's magic! Guck mal! Kein hochschalten! Boah! Endlich! Und was drauf will der eigentlich? Und schlangen die den fahren. Ey, ich hab ne Sidepipe! Der ist sportlich! Nenni... Nicht ram, nicht ram! Ah! Das war easy, Gott sei Dank! Boah, ich würd sagen, im Kreis fahren, ne? Adios Airlines! Äh, nein! Nein, nicht im Kreis fahren! Abfahrt, weiter geht's! Boah! Alter! Jetzt kommt er richtig! Jetzt kommt er richtig! Jetzt kommt er richtig! Aber wir müssen nicht hochfahren! Überholvorgang! Benno, fahr du mal bitte vor, bevor du mich wegdrückst! Äh... Benno! Das passt! Das passt! Das passt nicht! Nein, 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 Nein! Ach, ach! Ich hab überlebt! Ich hab überlebt! Alles klar! Wie kann man im Wasserland überleben?! Und das versteh ich auch nicht! Ich hab irgendwo aufgesetzt, auf so nem Stein! Als ob der du überlebt hast! Nee, wie schafft das! Ich mein, auch Unterhaltungssorglos! Weißt du oder? Ich krieg auf irgendeinen Hänger von euch! Auf meinen rauf wird's ist kack! Als ob ich hier nicht hochkomme! Ha! Warte, fahr erst mal da hoch, schieb mich bitte erst mal da hoch, bevor wir irgendwas machen hier. Ja. Wenn du von hinten Vollgas jetzt. Ey. Was macht der? Von hinten Vollgas, okay. Guck mal, wie meine Karre aussieht, Ding. Irgendwas blockiert auch bei mir. Das muss so. Junge, mein Wagen ist neu und kommt hier nicht hoch. Lenny, weg da! Wie, weg Travaux? Wer baut sowas? Entschuldigung. Wir sollten immer das jetzt nicht schaffen, ne? Ja, natürlich schaffen wir das. Ich hab Junge. Ich hab das getestet mit dem Trecker. Das machst du gar nicht. Nein, hab ich auch nicht. Benno, los jetzt! Was? Wo bist du? Ja, wo bist du? Ich dachte, du bist an Schwung. Nochmal. Vorsicht! Ich hab erstmal Lenny. Nein, warte Benno. Hier, von hier. Hinter mir. Ich schaff das. Ich schaff das. Schaff's Lenny. Nein! Tschüss! Benno, wenn wir hier fahren, musst du von hinten schieben. Nein, du musst den Schwung von da hinten mitnehmen, dann geht das. Vorsicht! Benno, wir machen das jetzt einmal. Kollege von rechts. Schieb hier einmal, Benno. Fahr mal hinter mir. Hä, warte, wo bist du? Ich glaub ich nehm jetzt zwei Schwungteile mit, vielleicht geht das dann. Ja, fahr. Okay. Einfach in den Hänger rein. Vollgas! Ja! Weißt du was gibt Lenny, guck, sag ich doch. Was denn? Ja, hat geklappt. Ja, dann helfen wir doch auch mal. Ja, Benno, ne? Weil so einfach ist mit dem leider nicht. Benno, aus dem Weg! Aus dem Weg! Benno, aus dem Weg! Ich hab mega viel Schwung! Ja! Easy! Sogar Solo! Toll, jetzt komm ich dir nicht hoch! Der Hänger! Wie er eskaliert! Einmal halten auf Benno warten! Warte! Toll, jetzt ist meine Scheibe. Ich bin auch. Ich bin auch. Es tut mir leid. Du hast einen V10, wenn er von 5 noch geht, ist alles gut. Guck mal meinen Hack an. Sieht aus wie so ein Planschbecken von früher, weil man sich auf den Ramp gelegt hat. Weißt du was? Verboten! Warte, ich muss es auch sehen. Oder ist das bei dir nicht so krass? Natürlich! Original so! Okay, perfekt. Fahrze einsteigen! Wie einsteigen? Oder aufsteigen? Bei mir aufsteigen! Bei Roffel ist es besser, aber er hat keine Leistung. Bei mir? Umsteigen! Umparken im Kopf. Oh nein, Opel Werbung. Abdrängen! Nein! Ab! Mach keiner! Leg da nicht gegen, der brecht. Oh, Vorsicht! Easy! Wenn du jetzt loskriegst, dann überfahre ich dich leider. Ich habe eine Vollgasung gemacht! Vollgas! Ey, der Parcours wird noch tricky. Tricky! Der wird noch hammermäßig. Vor allem die Beschleunigung, die da hinten gleich kommt. Oh nein! Oh nein! Wir müssen gleich durchs Wasser durch! Ey, jetzt nicht absaufen, ne? Ey, das wäre so... Benno, mach dich leicht! Vollgas, Jungs! Ich habe gerade kein Wasser! Das darf man nur mit Vollgas! Oh, jetzt kommt eine ganze Pfütze! Ich habe gerade gar kein Wasser! Ich schon! Weg, 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 weg! Weg, 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 weg! Geil! Ich habe gerade gar kein Wasser! Oh, doch! Wo ist die Pfütze? Alter! Ich muss den Toren mitnehmen! Oh! Nein, 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 nein! Gib Gas! Mach jetzt! Nein, 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 nein! Ja, ich habe es geschafft! Ich auch! Alter, war das knapp! Oh, war das knapp! Oh, das war echt knapp! Oh, das war richtig knapp! Quatsch! Nein, das ist gar kein Problem! Nein, das ist gar kein Problem! Ja, schade! Sind die nicht manchmal Golf-Cards oder wie die Dinger sind? Ja, eigentlich schon, aber die sind gay! Warte mal, Benno braucht doch einen Golf-Card! Zurück! Wollen wir gucken hier mal! Zurück! Lenny, wofür ist dieses komische Zeichen jetzt da hinten? Welches denn? Ja, dieser Blitz! Das ist nur Optik! Echt? Ja! Das ist nur, damit du mich fragst, wo ist das Zeichen dahinten? Benno, ich hätte hier einen Perro, der ist auch nicht schlecht! Nein! Nein, der ist zu Standard! Der ist nicht Standard, der ist top! Sie denken einfach da hinten draufstehen! Wo sind die Golf-Cards? Mich hinterher verschleiden nicht! Was haben wir hier noch? Hier eine Schubkarte, kannst du hier auch nehmen? Nein, ne? Kit in den... Rebellen hätte ich hier noch! Aber der ist auch zu Ende! Golf-Card! Wo? Wo? Eh nicht! Da! Benno hat jetzt einen Golf-Card! Oder einen Quad kannst du auch nehmen! Aber nimm das Golf-Card! Nein, Quart das Kacke! Nimm das Golf-Card! Aber dann kann ich nicht einfach in deine Dings in deinen Heck rein? Ey, ich kann ja in deinen Hänger rein! Ey, ich kann ja in deinen Hänger rein! Was? Wir fahren mal hinten auf die Rampe! Wo? Auf die Grüne! Da geht alles kaputt! Der Hänger! Das Golf-Card! Benno! Alles geht kaputt! Nein! Weiter! Auf die Seife! Die Seife! Jetzt ist vorbei! Seife! Kann ich auch drauf fahren! Was ist das? Ja, ne? Ist das geil! Hat das schonmal einer gemacht im GTA? Locker nicht! Wieso wärst du so schnell? Ich dachte, du hast BE! Ja, bin ich doch! Ja, das sieht man! Schau, alles gut! Der ist doch so! Der ist beladen, Junge! Ach, ist doch gar nicht! Nein! Das Wittbild von Personen auf Anhänger ist verboten! Oh! Oh! Alles gut! Na, du hup mal! Oh! Lä明! Oh! Halif! Welch? Bremsch dich so reinig bitte Lass dich nicht abdrängen hier! Oh oh! Drufle, deine Schneere Sek Alter, das merkt man richtig. Ey, wenn der Hänger gleich kaputt geht, ne? Ich werde dich so abkoppeln. Warte, warte, stopp. Oh, was für Stopp? Oh. Entschuldigung. Der platte Reifen! Schieb Benno da rein, wenn's geht. Ich bin drin. Ne, bei mir nicht. Perfekt. Wir haben was vergessen mitzunehmen. Was ist das? Ja, ne? Wir müssen die Unwelle mitnehmen. We. We. Unwelle. Langsam, Junge, langsam. Er knallt einfach voll dagegen. Ich schieb dich. Pixel, ne? Alter, bei mir sind alle vier Räder durch. Geht nicht. Junge, was ist das hier wieder für ne GTA-Scheiße? Alter, guck mal, das ist zehnmal besser. Da müssen wir halt abkoppeln. Abfahren, so. Abfahrtzeit. Boah, boah. Nein. Die Kurvenlage! Muss ich den mitten in mir? Ja, Vollgas. Er ist nicht dabei. Abkränkt. Vielleicht fliegt er noch raus. Das wär assig. Warte mal, ich war nur in der Außenkurve. Boah. Wir übertreiben aber auch immer, ne? Vollgas. Nein. Fahr doch mal hier drüber. Nein, das ist nicht wie stark der war. Ja. Ich würd ihm so gern einen Platten schießen, ne? Stellt nie ein Schild hin. Wiss ich doch nicht. Was steht da drauf? Vollgas, oder? Nein. Kaution, drive slow. Die Kaution läuft bald. Bleib denk. Kann man damit Wollweid fahren? Ja, oder? Nein. Eigentlich schon. Damit kann man ganz bestimmt keinen Wollweid fahren. Wie ich einfach hier den Windschatten bekomme. Als ob. Mein Gott. Immer müssen die alle links fahren mit ihren Anhängern. Fahr doch mal rechts. Vorsicht. Vorsicht. Überholen. Ich lebe dich längst. Was ist das? Das passt nicht. Äh, was machen wir jetzt eigentlich? Wow. Wow. Toll. Wir laden Benno aus und dann machen wir das einzeln. Okay Benno, hier brauchst du meine Hilfe nicht mehr. Ahem. Alter. Lass Lenny hier nicht stehen bleiben. Ich schaff das. Benno, schaffst du das am Abend? Ich schaff das. Ich schaff das beim ersten Mal. Okay, ich schaff das gar nicht. Oh fuck. Oh fuck. Benno, los Freikas. Ich hab verkackt. Nein. Doch. Was machst du? Jetzt ist mein Zeh umgekippt. Clear. Hier. Hahahaha. Habe ich mir noch. Habe ich mir noch. Kommen wir nicht mehr raus? Ey, jetzt zieht der einfach nach links. Hier kommen wir nicht mehr wieder raus. Hahahaha. Hahahaha. Warte mal. Hier ist mir wegster. Vielleicht kann der uns reparieren. Hahahaha. Ah hier. Hali. Hali. Öl Check. Öl Check. Schwach, der Ziel ist umgekippt. Das ist ne Birne. Wahnsinn, es ist keine Barth. Ja, so sag. Das Gute ist, der war nicht mehr viel drin. Das Gute ist, der Trecker kommt zur Hilfe. Das ist ein ganz kleiner roter Fleck hier. Kleiner roter Traktor. Der ist überall begast. Hey, schaff ich diesen Spannstil überhaupt? Leute? Nein. Noo. Das tut mir jetzt leid, ne? Ja, warum bist du irgendwie nach links gezogen? Weil rechts die Stopphschild war. Ja und? Du standest auf der Stelle? Nein, ich bin vollgehast gefahren hier. Kann man hier im Worldwide wieder hochfahren? Ja, ne? Ey, Leute? Seid ihr mit dem Auto wieder am Start hier? Oder wo seid ihr? Äh, ne, irgendwie nicht. Und irgendwie hat sich grad mein Spiel mit mir gelegt. Ich fahr da unten. Oh, Phil. Wo bist du? Hier oben. Nee, du bist da oben. Ja? Ja gut, dann müssen wir aber respawnen. Hilft ja nix, ne? Aber vorher musst du die scheiß Karriere zerstören. Warte, warte, ich komme. Kann man hier nicht irgendwo hochfahren? Kannst du nicht hier hinten rein, Benno? Doch, du kannst doch da vorne hochfahren, Lenny. Wo? Du kommst doch hier raus, oder nicht? Nein. Natürlich. Nein. Wo soll man denn jetzt hier rauskommen? Das weiß ich auch nicht. Das ist ein anderes Loch, Junge. Nicht alle haben die gleichen Löcher, gewöhne ich da gar nicht erst dran. Ohhhh. Ja, Lenny, fahr mal hier hin. Ja, du musst mal, warte mal, ich muss mal die scheiß hier abhängen. Wo seid ihr? Komm doch mal runter. Nee. Au. Moment. Aber ich kann gerne Granaten runterwerfen, wenn ihr wollt. Nein, kann nicht. Mal gucken, ob die euch treffen. Jetzt kannst du, Benno. Die treffen euch jetzt aber nicht. Ah. Easy. Bist du drin? Nein. Bei mir auch nicht. Nein. Äh, mein Deck ist. Vorsicht. Äh, mein Deck ist abgefallen. Ne. Cabrio. Ne, leist du. Testzug fährt da hinten durch. Wir hätten hier nen Hänger hingelegt. Weißen wir. Granate von oben. Ne, ich hör's. Alter. Warte, wir müssen das nochmal machen. Warte. 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 Obst. Entschuldigung. Jetzt. Perfekt. Mit Schwung. Jungs. Mir geht nicht. Jungs. Ich brauche ne Wand, wo ich dich rein drücken kann. Langsam. Gebt mal die ganze Zeit vorwärts Gas. Du hättest vielleicht rückwärts da rein fahren sollen. Langsam. Ja. Okay, mit Gefühl. Nein. Controller Power. Da hinten ist ne Wand. Oh, hier ist auch Pfosten. Hier ist auch Pfosten. Hier ist ein Pfosten. Bumm. Aua, reingepackt. Der ist doch nicht. Neul, was ist denn jetzt? Wir müssen jetzt mal weiterkommen. Na, du gib doch mal vorwärts Gas. Ja, bei der Antrieb ist jetzt nicht in der Luft. Ja, da passt das doch jetzt. Jetzt bin ich drin. Jetzt brauche ich nur noch nen Hänger. Granate. Der ist ein bisschen schief jetzt, ne? Granate. Warte, ich muss dich noch mal vernünftig verladen hier. Respawn. Tsch. Aua. Was ist das eigentlich für geile Boxen? Dann warte ich noch. Ja gut, der Hänger hat verkackt. Ist gerade oben explodiert. Gott sei Dank hab ich das nicht aufgenommen. Oh, wieso nicht? Aaaaah. Die Verslautung hier oben ist top, oder? Ey, die Stelle hab ich für das 2 gemacht in der letzten Runde. Ich nicht, weil die mega schwer ist. Einfach am Ende ein bisschen bremsen und dann passt das auch. Ich glaub ich lag auf dem Dach. Guck. Dann passt das. Ja. Läuft. Schließdinger nerven so hart, ne? Schließmuskel? Ja, das ist richtig. Am besten Mal zerreißt du sofort. Richtig. Ich hab's doch jetzt. Eigentlich voll easy. Man muss doch mega hart ein Rennen sind. Ja, aber jetzt doch immer noch. Okay. Nein, wir müssen das jetzt mal zu Ende bringen. Alter, 84! Boah. Na, wir hätten mal 100 Minuten. Ja, das stimmt. Du brauchst mir gar nicht die Reifenplatz schießen. Ohhhh. Ohhhh. Nicht mehr? Hahahaha. 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 Ne, der steht. Was soll ich machen? Schließ ihm die Reifenplatz. Du unterstützt nix, wenn der steht. Hahahaha. 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 Oh, hier kann man auch wieder hochfahren. Ja, kann man. Hahahaha. Oh, fuck. Au. Nein, Wegpunkt. Tschüss. Au. 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 Ich- Ja. Ich bin jetzt hier drin und du so. Hahahaha. Warte, ich komm da auch hin. Hahaha. Werner, ich komm, um hier zu helfen! Au. Wie du bist da drin? Ein Gefängnis, kommst du da nicht raus? Hier kann man doch bestimmt rein fahren Nein, aber man kann doch rein fahren Mit dem GTA, scheiß GTA ist Was? Das ist GTA CPU War einfach hier durch, fertig Warte, mit Mac geht das? Hier kann man da durch fahren Mit der Front aber auch, hab ich auch gerade gemacht Abfahrt, tschüss War klar Wer schießt denn jetzt schon wieder? Weiß ich auch nicht Weiß ich auch nicht Irgendwas ist wieder kaputt gegangen Jetzt kann ich nochmal springen Ist doch gut so Ich kann mich nicht oft gelohnt machen, richtig Ah, ich bin in so einer Karte Nein Jetzt muss ich außen rumpacken Mein Hack die ganze Zeit DUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDU Hier geht gar nichts um Oh Alter Hat GTA Logik mit mir lenken, das macht mich fertig Nein Ich muss hier die an der Muslime Ich hab keine Ist sehr realistisch Lass mal mit kaputten Reifen fahren alle Und die kaputten fahren Junge nicht meinen Motor, meine Reifen Hab ich doch Sie sind alle kaputt Ja Bei mir schon Hast du auf jeden Fall top der Wagen Hast du noch einen Lenny? Ne ich glaub nicht mehr Oh jetzt hab ich auf jeden Fall keine mehr Sicher? Ja Benno, hast du noch einen? Die klackern und zwar, aber dann haben die wo Bei mir sind die alle platt bei dir aber egal Ja Benno hat keine mehr Schafft man das überhaupt hier mit? Ja, aber das ist nicht kompliziert Weil es ein bisschen Beschleunigung teilweise ist hier Oh, ich brauch noch ein bisschen Grip Alter Meilenweit am Ziel vorbei Das musst du aber, da musst du rückfahren Du musst nämlich in die Winkel springen Wenn die Steine hier Ja, aber nur im richtigen Winkel springen Wir stellten hier schon wieder so eine Scheinsteine hin Wow Au Ey, wir meinen hier sogar noch einen platten Reifen hochkommt Wie easy Eigentlich wollte ich, dass wir hier mit dem Mulde hochfahren Wow Ciao Und jetzt ist vorbei, oder? Nein, der fährt noch Easy Nein Geht doch nicht Jungs, jetzt springen wir ein bisschen dran vorbei an dem Ziel Jungs, ich hänge so ein bisschen, ne? Ah, Alter Ey, warum kommt mein Hack eigentlich die ganze Zeit? Ich bin ein bisschen zu weit gesprungen Ganz kleines bisschen Am Ende Zum Ende Leicht zu weit, ja Ich bin über den Steinbruch Aua Ich bin über den Steinbruch Entschuldigung Schon wieder Alter, das ist so episch mit dem Hochfahren Das wollte ich mit dem Mulde machen, das geht Ey Okay Ja, dann besorgt ihr doch da hin Ja, mach ich jetzt Jetzt hängen hier doch nicht Danke Wir brauchen Mulde aus dem Weg Wow Ich weiß nicht, wir brauchen alle eine Mulde Ja, ich hänge nicht auf dem Stein oder so Jungs, besorgt euch eine Mulde Nein, wir nehmen jetzt alle ein Traffic-Fahrzeug Ja, will ich ja Was haben wir denn hier, Regina? Ich komm gar nicht mehr Ich bin zu Fuß schneller Das nächste Auto, was jetzt hier herfährt, nehme ich Oh, das nehme ich schon Nein, kein Cavalcade Ja, denke ich auch gerade Nein, kein Cavalcade Aber der fährt nicht, der steht Strato Desshound-Bus Mein Desshound-Bus Mein Desshound-Bus Mein Desshound-Bus Nein, das ist mein Desshound-Bus Nee, ich will jetzt auch was Besonderes Nur noch ein Cavalcade Oh fuck Oh fuck Ich hab Scheiße Strato Der liegt schon wieder auf dem Dach Ja Willst du den Strato mal? Hilfe der Dreckschleuder, ey Ey, wenn jetzt ein Zug kommt, hab ich Scheiße Hier ist gerade einer gewesen Hilfe Oh, das war gut Klasse Gut, dass wir den Cavalcade haben Ja Ja Ew Wir hätten seine Insignia hier geparkt Helft doch mal, hallo Hier kommt gleich ein Zug und dann hab ich Scheiße Hehehe 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 Da kommt der Günther, der Treckerfahrer Lass ihn da liegen, Benno Oh Gott sei Dank, jetzt hab ich komplett eingeparkt Wer auf dein Dach war Stopp Äh, jetzt Toll Ich hab mal den Turbo gezündet, oder? Ich kann mal den hier nur feststecken Schieb doch mal ein bisschen hin Uuuhh Oh Gott, der Balkade So, jetzt können wir Ach, den Traktor hab ich noch nie so schnell gesehen Tschüss Bremsen Alter, man kann Dauerbremsen, mach mit dem Bus hier, ne? Bremsen Dann nehm ich halt den Cavalcade So, dann setz dich halt wieder ein Stückchen zurück Wenn ich falsch gefahren bin, tut mir leid Das ist einfach ein originaler Sound aus LS Entschuldigung, ich muss mal hier durch Au Ne, warte, jetzt fahrt, oder? Richtig. Ja wir müssen hier lang. Das ist die Spezialabkürzung. Das ist doch langweilig mit soem Klack S-U-V. Ja da gibt's hier auch keine Melode kein Wunder das ist langweilig. Halt. Eieieiei. Juge. Nenni brauchst du Hilfe immer. Der Bus hat so viel Träume, ich komm hier easy überall hoch. Endtrakter. Ich bin doch gut gelandet. Junge, ihr dürft ja nicht so hochfahren wie der Wegpass vorstellt, ihr müsst ja anders hochfahren. Ihr müsst ja so hochfahren wie ich das mit dem Wäscher aufbütteln kann. Da fährt ein grünes Auto im Traffic da unten. Was ist das? Das ist Tunic. Das ist ein Seminole. Das ist ein Seminole. Das ist ein Seminole. Grüne Autos sind meist immer Seminole. Korrekt. Oder Regina. Nein. Nein. Den muss ich jetzt noch kurz holen. Aber der ist eh schon weg, das Spawn. Hier spawnen manchmal Schrottkarren an dieser Basis. Hier ist doch eh keine. Lol. Wissen Sie, was mir grad mal auffällt? Nein. Der fucking Bus hat Allrad. So gut. Ach so, der jetzt Allrad hat, kann man gar nicht lernen. Also kann man hier einplanen? Die sind so moderne Autos, die scheiß Firmenwagen von den Mitarbeitern hier. Alter, der marschiert hier so dermaßen hoch, der Bus. Das wird noch nicht mal ein scheiß Zentornio hochfahren. Ich hab's doch. Wo ist denn? Ja dann los, weiter geht's. Der muss ja noch runterkommen. Bremsen. 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 Nein, nicht da runter. Alter. Ich hab eingeparkt. Das passt. Natürlich passt das, Junge. Hilfe, ich hab eingeparkt. Nein, nein, nein. Warte, ich muss mich nur eben... Oh, fang. Entschuldigung. Warte, was machst du? Eingeparkt. Warte, ich helf dir. Ja, der ist wieder so krumm, er dreht sich auf die Räder, geil. Ich hab nix mehr. Okay, jetzt muss ich auch noch helfen. Hier kann man noch hochfahren, oder? Ja sicher kann man hier hochfahren. Hier. Alter, wie hängst du hier? Eingeparkt. Ja, ja, ja. Was machst du da eigentlich? Ich bin sogar mit nem Bus hier durchgekommen. Er mit seinem Gelände entdeckt. Was machst du da? Da geht's nicht raus. Hier geht's raus. Okay. Saft ran. Oh ja, wieder im Spezialfront. Ja. Ja. Das waren die Paulinen, glaube ich. Hier ist noch eine. Hier ist ein Bus zum Springen. Au. Für Benno auch. Zum Springen. Zum Springen. Au. Toll. Ich häng' hier. Ich häng' hier. Ich häng' hier. Abwart. Warte doch mal. Alter, wie sie abgeht. Jetzt pass auf. Warte. 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 Stell dich mal neben mich. So, jetzt drückst du Handtrams und Vollgas. Auf die Plätze. Hertig. Drehmoment. Neeein. 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 Die Kurvenlage. Achtung. Tschüss. 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 Hey, die Kurvenlage ist top, würde ich sagen. Ich kann einmal Geschwindigkeit aufbauen. Geil, wie der sich jetzt immer auf die Räder dreht. Egal, wie sie versteht. Egal, wie sie versteht. Aua, danke. Köln. Bitte. Zu. Warte mal. Ist das Hütchen jetzt wieder eine? Oh. Hey, nee. Komm, vor dem Zug. Ich schaff das. Wo ist der? Ne, mir. Schade, hat nicht gefasst. Warte, ich muss die Kette vor. Wie, ich hab das nicht mehr aufgenommen. Komm, auf jeden Fall. Den geilsten Teil nimmt er nicht auf. Doch, hab ich natürlich. So. Alter, der Bus hat so viel Drehung, ey. So, ich steig jetzt oben auf. Die ist alles zuzutrauen. Bauen wir den Motor in den Omega ein. Ist mir egal, wenn du noch 120 fährst. Ist es nicht. Doch, ist es. Nein. Wow, Monster Truck. Du fährst noch nicht lang. Die Frau ist schnell als ich. Wir haben erst 22 Wegpunkte. Ne, gar nicht. Äh, lol. Ich hab die ganzen Wegpunkte da oben nicht eingesammelt. Komm, wir wieder zurück. Moment, wir fahren schon mal ins Ziel. Nein, ich fahr jetzt zurück. Nein, der Traktor muss da vorne drin sein. Nein, nicht der Traktor. Der Bus muss da drin. Der passt da gar nicht rein. Okay, der Bus muss da rein. Der Bus muss da rein. Der Bus muss da rein. Aber der Traktor war noch nie da drin. Doch, war er schon mal. Damit der schon auch. Nein, der schon noch nie. So. Nein. Sogar im Video. Der Traktor hat noch in Erinnerung. Auf jeden Fall. Quatschkopf. Nein. Den Traktor habe ich wirklich noch in Erinnerung. Weil das Dach guckt so ein bisschen da durch. Aber der Traktor passt da doch gar nicht durch. Der passt da doch gar nicht durch. Der passt da doch gar nicht durch. Wie soll ich denn da jetzt? Nenni, was ist denn jetzt? Moment. Ich muss erstmal den Wegpunkt ergattern irgendwie. Oh, was? Die Kecke. Komm, Bennu. Wir fahren ein paar Hütchen um, die hier rumstehen in der Umgebung. Wie willst du da drauf kommen? Ja, gut. Ja, gut. Aber, nee. Aber, ja. Aber, nein. Nenni, kannst du dich nächstes Mal hinlegen wieder? Das war witzig. Ich hab mich grad schon hinleg. Aber ich komm wieder hoch. Weil ich jetzt getubt bin. Weil ich schief bin. Kein Ding, wenn ich gegen mich. Ich will den Durchmarsch wieder. Ciao. Ich will meine Pferde hier haben. Bennu, du musst mal hier stehen bleiben, ne? Und dann gucken, was ich mach. Ins Ziel fahren. Nein, nein. Jetzt pass auf. Ich gehe ins Ziel fahren. Ah, bremsen. Ich will auch mit dem Traktor springen. Nein. Beine schwingen. Ich will auch die Beine schwingen. So. Nenni, siehst du mich? Äh, nee. Ich hab grad andere Probleme. Endverast. Juuuaau. Aiin, ei, eiiii. Am I wrong? Alter, der Bus hat soviel Dreh und Mann. Aus dem Stand komms ju überall hoch. Nur wenn du färst, dann ist es schwereg. Yuga... Nein, ich muss ne Rebelline. Ähh, komm ich den Berg überhaupt hoch? Soll ich mal diesen langen Dackel als Ticker kaufen und auf mein Wohnmobil kappen? Benno, hast du geschafft? Ja, du musst den Sepetini auffahren. Ok, ich seh's. Ich hab fast den Wegpunkt, Jungs. Ich seh Benno. Wo bist du? Ich hab keine technische Schwierigkeit. Oh, oh. Boah, es war so knapp. Benno, los! Warte, ich lege jetzt hier rum. Mein Gott. Alter, wie... Yo, wir haben gleich die 100 Minuten. Richtig, Klassiker. Richtiges Klassiker-Rennen. Alle gucken in den Himmel! Wow. Nicht ins Ziel. Vor dem Ziel, noch zu... Benno, nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich hab's grad geschafft. Ich stehe 50 Kilometer weg. Bam! Richtig... Fetter Knall, ey. Ich dachte, ich bin jetzt bis auf Nordpol, nein. Ich wette, der Bus schafft das auch nicht mehr. Natürlich. Ich bin doch schon fast da. Oh Gott. Nach 100 Minuten. Richtig. Nein, die Runde hat nur 69 Kilometer. Ganz gut. Ich hab den Käfer was umgeworben mit meinem Lager. Andy, was ist... Fahr doch jetzt mein Ziel hier. Ich wette, die Folge wird 400 Gigabyte groß sein. Entschuldigung. Muss mal hier durch. Was zum Scheiß geht, was ist das denn hier? Schieß doch nicht. Ich hab' vielleicht explodiert gleich den Motor oder so. 100 Minuten sind voll. No. Alter, war das geil. Hat sich gelohnt. Oh Gott. So, man achtet auf den Bus, der jetzt drin steht. Gleich. Wenn doch, was ist denn jetzt? Fahr deinen Schwuchtel, sieht man in unser Scheiß Ziel rein. Ist so. Oh, du bist cool. So, kann ich jetzt mal Bus sehen? 1 Stunde 40 Minuten. Wir haben sogar 21 Uhr 40, das heißt wir haben um Punkt 9 angefangen. 11.000. Äh, um, um, um 8. Da steht auch gar nichts. Noll. Alter. Alles voll. Nein, der stand da noch nicht drin. Ich seh noch nichts. Warum seh ich das noch nicht? Okay, dann die beste Rolle mit seinem Dashout. Ich seh das noch nicht. Wieso nicht? Alles voll, oha. Also, was ist denn noch größer als ein Dashout? Ein Dumper, oder? Boah. Boah, nächstes Mal echt mit dem Dumper da reinfahren. Ey, das wirst wir machen. Beste Runde, Lenny. Schade. Wieso denn schade? Ey, dieses Geld. Mann, achte mal auf die Rundenzeiten. Wie knapp die anderen aneinander sind. Das musste. Ja, super. Mir gefallen. Danke sehr. Tschüss. Wir hängen nichts mehr dran heute. Nein, auch kein 750 Kilo Anhänger mehr.